Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken, denn wie ihr unschmer seht, bin ich hier auf einem Server, der nicht der Empire-Server ist. Und ich hatte es euch versprochen gestern, dass ich noch über ein paar Dinge reden möchte. Aber erst einmal möchte ich euch diesen Server vorstellen, denn er ist vielleicht für den einen oder anderen relevant oder vielleicht zukünftig relevant. Denn das ist ein sogenannter Subscriber-Server. Das ist ein Server, den ich für die Abonnenten auf Twitch habe. Ja, es kostet Geld, ich weiß. Ich möchte euch jetzt auch nicht irgendwie davon verlangen, dass ihr jetzt hier Abonnent werdet. Ich habe das einfach als nettes Gimmick gemacht für die Leute, die mich sowieso schon monatelang unterstützen auf Twitch bei meinen Livestreams. Die übrigens fast alle paar Tage kommen. Also alle zwei Tage. Die aktuelle Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Und zwischendurch auch immer mal wieder. So, und da haben wir hier diesen coolen Server mit dem After-Humans-Mod-Pack. Und irgendjemand hat hier Penisse auf mein Dach gebaut und eine Toilette. Auch sehr geil. Und das wird sich gleich wieder beheben. Und genau, hier läuft das After-Humans-Mod-Pack drauf. Und das ist hier so ein bisschen mein Haus. Den Server gibt es schon ein bisschen länger. Deswegen gibt es da hier vorne auch schon eine ganze Stadt irgendwie, die hier entstanden ist. Und ja, ich möchte einfach hier ein bisschen Dinge tun, um vielleicht... Warte mal, ich glaube, wir müssen es ein bisschen leiser machen. Ich möchte hier auf dem Server einfach... Den möchte ich einfach ein bisschen nutzen, um über Dinge zu reden. Und mit euch vielleicht irgendwie ein bisschen... Ja, um noch ein bisschen Bildmaterial zu liefern. So, ich hatte es ja versprochen, dass ich heute auch noch ein bisschen über... Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen unter die Erde und meinen ein bisschen. Aber da muss ich vorher erstmal mein Inventar leer machen. Haben wir nicht hier irgendwo noch eine Kiste rumstehen? Ich habe nämlich noch kein Lagersystem. Das fehlt mir noch. Das muss ich mir aber auch noch besorgen. So, wir packen das erstmal alles hier rein. Und dann gehen wir irgendwie unter die Erde. So, Höhe 11. Und jetzt graben wir uns einfach mal hier so ein bisschen durch. Und, äh... Oh, ich habe gar keine... Ich habe gar keine Fackeln mit, ne? Oh, das ist natürlich ärgerlich. Das wird jetzt gleich ein bisschen dunkel. Aber, äh... Ja, so viele Dinge, die es zu reden gibt. Erstmal... Achso, ich kann nochmal einfach fairerweise... Einfach mache ich das nochmal. Ähm... Der Sub-Server ist übrigens... Falls ihr auch so einen Server haben wollt, ne? Steht ein Link unten in der Beschreibung. Der ist nämlich sponsert bei... Ähm... Bei G-Portal. Und ich habe auch mal damals ein Video zum Sky-Sub-Server gemacht. Und euch ein bisschen gezeigt, wie man am besten so einen Minecraft-Server aufsetzen kann. Und, äh... Ja, wenn ihr Bock habt, schaut da einfach gerne mal rein. So, dann, äh... Ja. Was soll es noch großartig zu erzählen geben? Ähm... Minecraft Empire. Minecraft Empire ist vorbei. Und, äh... Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, das große Finale, was ich dann noch zusammengeschnitten habe. Ähm... Ich habe mir dann... Ich habe dann gedacht... Gut, ich cutte das jetzt nicht so wie andere Streams. Ähm... Einfach komplett kurz zusammen. Sondern ich gebe dem Projekt auch dann einfach den nötigen... Ja, den nötigen Raum. Deswegen war das Video auch 30 Minuten lang. Und ich denke, es hat aber auch nicht geschadet. Es war doch unterhaltsam, ohne dass irgendwelche langweiligen Parts drin waren. Ähm... Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und... Ja, es gibt halt noch so ein paar Sachen, die ich bei Minecraft... Die mich an Minecraft Empire auch vielleicht ein Stück weit gestört haben. Zum einen, dass ich ja meine eigene... Meine Story leider nicht so sehr ausbauen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Was... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Was so ein paar... Gründe hatte. Das hatte ich schon mal angeteasert. Ähm... Hatte ich auch im Stream schon mal erzählt. Ähm... Und zwar einfach, dass ich, ähm... Nicht derjenige bin, der quasi Leuten ihre Story aufdrückt. Sondern ich eher derjenige war, der andere Storys unterstützt hat. Das heißt, ich hab mit Katze, hab ich mir natürlich am Anfang in seine Story, äh, so ein bisschen mit eingeklinkt, um ihm bei seiner Story ein bisschen zu helfen. Ich hab immer Revi-Story so mitgemacht, ähm, und so weiter und so fort. Ich war nie derjenige, der sich die Story selber ausgedacht hat. Äh... Aus dem Grund, weil hätte ich mir eine Story ausgedacht, ähm... Hätte ich, ja, damit es interessant ist, wahrscheinlich dann auch mit anderen Leuten interagieren müssen. Und am Anfang hatte ich halt Revi als Bezugsperson. Und es wäre halt schade gewesen, wenn ich zu Revi sag, so, hey Revi, äh, ich hab mir jetzt das und das ausgedacht. Ähm... Ich brauch dich mal dann dafür. Und wenn er dann sagt, so, ja, nee, das passt aber nicht in meine Story rein, dann ist meine Story, die ich mir ausgedacht hab, dann in dem Moment dann auch wieder gestorben. Ähm, das gab es tatsächlich ein oder zweimal, da hatte ich mir überlegt, ey, Revi, wäre es nicht cool, wenn wir das so und so machen könnten. Und er dann aber gesagt hat, so, nee, 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 machen wir nicht. Ich hab mir jetzt schon was anderes überlegt. Ähm, ist natürlich schade, aber da sag ich dann in dem Fall, hey, okay, dann lassen wir das, dann lassen wir das. Äh, ich möchte mich da jetzt nicht... Ist mein, hä, ist das Ding auch kaputt? Hä? Hängt der Server, oder was ist hier gerade los? Nö. Und dann hab ich gesagt, ey, ja, okay, dann ist das halt so. Ja, dann, ähm, dann machen wir das halt nicht. Und das hat mich dann auch so ein bisschen, da war ich dann vielleicht auch ein bisschen zu zögerlich mit meiner eigenen Geschichte. Deswegen hab ich das nachher auch ein bisschen dann alles mehr oder weniger ein bisschen fallen gelassen. Das tut mir natürlich sehr leid, ähm, beim nächsten Mal vielleicht denk ich mir da ein bisschen was anderes aus. Weil so wie Katze es gemacht hat, oder Items kann man jetzt sagen, muss man ja nicht mehr Katze sagen, ähm, gefiel mir das eigentlich echt gut. Der hat das echt gut alles, auch wenn er nicht mit anderen Leuten aufgenommen hat, hat er dann halt so ein bisschen, äh, Roleplay alleine gemacht. Ist natürlich auf Dauer auch nichts, aber, ähm, zeitweise kann man damit mal gute Storys überbrücken. Ähm, dann ja, diese Sache, die hatte ich ja auch schon erwähnt, das ist mit dem, mit dem, wo ich euch hab abstimmen lassen, was in dieser Kiste drin ist. In dieser wunderschönen Mine, die von Antonia gebaut wurde, ich hatte schon mal gesagt, viel, viel Dank, Antonia Faith, könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben. Ähm, das sollte sich eigentlich auch noch anders auswirken, weil ich wollte eigentlich das ganze alte Königreich mit, mein altes Königreich mit in die Story reinnehmen. Ähm, hat dann ja, hat dann ja leider nicht gepasst, weil, ähm, ja, weil einfach dann Empire zu Ende war, ja. Äh, und, das war, wurde am Anfang nicht so kommuniziert und dann war das natürlich ein bisschen ungünstig. Hab ich hier Dias gefunden? Oh, ich hab hier Dias gefunden. Nice! Äh, warte mal. Ne, so. Die Lederboots können wir anziehen. So, hier sind übrigens auch gerade zwei Leute drauf, ja, von den, von den Subscribern. Ah ja, ja, ich hab echt wenig Platz, also ich hab ja noch einen Rucksack, von daher kann ich da noch ein bisschen was reinpacken. So. Und, schauen wir mal einfach mal. Uhu. So, das war so eine Sache, aber, ähm, ich hoffe, ihr versteht dann auch so ein bisschen, ähm, wieso meine Folgen so waren, wie sie waren. Weil ich mich nicht eher, also weil ich so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu schüchtern war, so nach dem Motto, Oh, äh, ich wurde jetzt hier von, von, von den Leuten eingeladen in dieses Projekt. Äh, ich möchte dann in erster Linie deren Storys unterstützen. Was ich aber jetzt, also was ich persönlich zum Beispiel gar nicht so schlecht finde. Ähm, es waren auch ja coole Sachen dabei. Wir haben auch coole, coole Folgen gehabt. Ähm, nur halt ist dann in dem Moment, wenn einer von denen nicht mehr da ist, mit denen ich dann die Storys gemacht hab, sind dann halt meine Storys dann halt auch ein bisschen gestorben. Das war natürlich ein bisschen, ein bisschen doof. Aber das tut mir sehr leid, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal anders. Was ist denn hier passiert? Ja, das sieht besser aus. Okay, jetzt können wir hier auch ein bisschen durch. Oh, guck mal, hier an. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht sterben, weil ich hab, glaub ich, grad keine Rüstung an. Oder, ja, nur so ein bisschen. Und der Hunger ist natürlich auch immer so eine Sache. So, dann gab's doch noch irgendwas, was ich euch erklären wollte. Was war denn das, worüber ich denn noch mit euch reden wollte? Ich weiß das nicht. Ich bin so, ich bin ganz schlecht. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Unabhängig jetzt davon, wie auch immer das Ganze dann gelaufen ist. Ähm, ich war sehr froh dabei gewesen sein zu dürfen. Und, ähm, ja, vielleicht gibt's ja auch irgendwann nochmal ein Empire 2. Man weiß es nicht. Da bin ich auch tatsächlich nicht involviert. Also, da bin ich auch der, der, äh, der falsche Ansprechpartner für sowas. Ähm, und selbst wenn, wird es wahrscheinlich sehr, sehr lange noch dauern, bis da irgendwas großartiges, äh, irgendwelche Infos kommen oder so. Also, jetzt haben die anderen ja erstmal Craft Detect, da bin ich nicht dabei. Ähm, dann kommt, oh Gott, wo bin ich denn hergekommen? Nicht von hierher gekommen? Ja, von da. Ähm, dann kommt ja hoffentlich, da gibt's ja auch noch keine Infos zu, für alle, die sich jetzt gefragt haben. Dann gibt's ja noch, äh, Varro, was hoffentlich dieses Jahr wieder kommt. Aber man weiß es noch nicht so richtig. Das steht ja alles noch in den Sternen. Ähm, dann, ja, Sky 2 war ja schon angeteasert worden von den Buddies. Ob das dann wirklich kommt, weiß ich auch nicht. Das sind ja immer so Sachen, das eine, was der eine sagt, das andere, was dann wirklich umgesetzt wird. Ich würde mich sehr freuen. Wäre cool. Ich hoffe, ich dürfte dann auch wieder mitmachen, weil Sky war nach wie vor immer noch mein Lieblingsprojekt. Was war euer Lieblingsprojekt? Ich muss sagen, echt, also zum Schauen, damals als Zuschauer fand ich Aura am schönsten, weil das wirklich das Projekt war, wo ich am meisten, ähm, so gehypt einfach war auf neue Folgen. Das habe ich viel bei, bei Bergmann, beziehungsweise er hat das ja nicht so lange gemacht, und dann bei, bei, äh, Zombay geschaut. Da bin ich dann zu Zombay gekommen. Und, das war sehr, sehr schön. Das hat, hat mir sehr gut gefallen. Tja, aber, mal abwarten, was die Zukunft so bringt. Ich werde jetzt die nächsten Tage vielleicht immer auch mal wieder ein bisschen, ähm, ups. Hoppala, nee, warte mal, wir müssen hier anders hoch. Wir müssen hier irgendwie anders hoch. Ich werde die nächsten Tage immer mal wieder auch, ähm, Videos von diesem Server bringen, einfach so zum, zum Überbrücken. Oh, Hungry. Was ist da denn? What the fuck? Oh nein, oh nein, oh, oh Gott. Oh Gott! Ja, Leute, wir müssen mal kurz ein bisschen warten. Die hat mich auch voll erwischt, oder? Ja, die hat mich voll erwischt. Ähm, ja. Und da werde ich immer mal wieder ein paar Teil, äh, in, in, in Zukunft jetzt ein paar Videos vor diesem Server bringen, einfach weil ich auch ein bisschen selber drauf spielen möchte. Wir können optional, können wir auch im Livestream ein bisschen, ähm, hier rauf zocken. Achso, das ist dieses Wetterding. Ähm, wir können im Livestream auch ein bisschen hier rauf zocken und dann uns ein paar Sachen erarbeiten, weil, ja, das Modpack ist riesig. Ja, es sind hier, es sind hier, ich weiß nicht, 105 Seiten an Items und dies und das hier jenes. Äh, ihr könnt ja gerne mal nachschlagen, ähm, Afterhumans, was es da alles so für Sachen gibt. Und, ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ich auch gerne noch anbaue, die ich noch bauen möchte. Ja, zum Beispiel fehlt mir ja noch ein Lagersystem und, äh, solche Späße. Oh. Oh, oh. Wir sollten vielleicht erst mal ein bisschen warten, oder? Wir sollten erst mal ein bisschen warten. Was haben wir denn noch hier? Ich kann hier mal so ein bisschen das ganze Zeug reinpacken. Ah, gut. So. Tata, tata, wobei, hier, die Steine brauchen wir nicht. Wieso wirften die immer noch weiter? Tata, ist die nicht ganz dicht? Ach, die bewerfen sich gegenseitig. Oh, oh. Ah, nein. Nicht sterben. Oh, Gott. Fucking shit. Hahaha. Ah, jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn man stirbt. Jetzt muss man nämlich, äh, da runterrennen. Na gut, egal, das werde ich jetzt gleich mal machen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch offene Fragen habt, sei es zu Empire oder zu was anderes. Ich wollte, glaube ich, noch tausend Dinge erzählen, die ich alle vergessen habe zu erzählen. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen traumhaften Tag. Ne, Resttag. Ähm, es werden auch wieder andere Videos kommen. Es werden noch andere Spiele kommen. Und ja, macht's gut. Hau da rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.